Willkommen zurück zu Open Game Night. Ich bin der Mau. Ich bin der Hector. Immer noch. Immer noch. Heute heiße ich Sebastian. Charmanta. Und wir spielen Dead Nation. Amageddon-Kalibs. Amageddon-Kalibs. Wir haben jetzt eben mit Level 2 begonnen, glaube ich. Oder haben wir gerade erst angefangen? Das war mir doch schon. Nee, frisch angefangen. Frisch angefangen. Wir haben das letztlich Spiel beendet durch einen leckeren Grapper. Der war super lecker. Und jetzt geht es weiter in der Innenstadt. Ich weiß nicht einmal, warum ich den Grapper hier habe. Ja, wir müssen lieber ein Ballezimmer haben. Oder ein Schroßflinte. Schau mal. Oh fuck. Und du hast irgendwie nur 5 Schuss. Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie... Also mit der Schroßflinte würde ich es nicht. Das würde ich mir für die dicken Gegner aufheben. Wie die dicken Bullen. Die, auf die der Alex steht. Ja. In dem Ding nochmal. Schönen Gruß an Alex. Unsere Francesin. Unsere Francesin. Schönen Tags und Principesa Alexandra. Süßi. Ja, gestern kamen wir die erste Folge online. Ja. Sozusagen. Und ganz viele Leute haben dann gemeint, ja, machst du das auch ruhig? Oder ihr müsst es unbedingt live machen, live machen? Und dann gesagt, bäh. Ich habe keine Ahnung, wie man das überhaupt live macht. Alter, ich habe bis vor einem Jahr nicht mal gewusst, was E-Map ist. Dass man, wenn man die E-Mails auf seinem Handy löscht, dann kannst du die heilen an dem Automaten. Oh yeah. Wenn man die E-Mails auf dem Handy löscht, dass wir dann auch im normalen Ordner weg sind. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, so war das. Soll ich was autoaktivieren dann? Jetzt warten wir erstmal, ob Leute kommen. Weil ich wegen dem müssen wir jetzt die Auto aktivieren. Aktivieren. Aktivieren das Auto. Huiiii. Nee. Alles gut. Der Dicken. Ne, wir den Dicken. Oh, ist der Dicken. Uäh. Ist der schnell. Irgendwie ist die Schrotzlinde ein bisschen scheiße. Ja, ohne Laserwizier ist es noch ein bisschen kompliziert. Oh, ich kann mich heilen. Ich kann mich heilen. Oh yeah. Oh yeah. Was noch mal was? Na mal. Ja, holst du. Oh yeah. Du ist eh weniger. Oh, da kommt bestimmt wieder welche raus, oder? Natürlich, weil... Wie? Wie? Ja! Ah! Weil ich kennst nicht die typischen EQW-Fahrer, die Menschen schmuggeln. Achso, ich bin ja der rechte jetzter. Du bist blau, ich bin orange. Der ist immer noch im Leben. Oh, was sind diese komischen Läufer? Ich hab Munition gefunden. Oder du, oder wir. Grenade. So, ich habe keine Granaten. Grenade. Nein, ich habe nichts. Das heißt, ich bin heute Bomben-Experte. Irgendwann schau ich heute Bomben. Warte mal, die schießen jetzt einfach mal von mir aus, alle zusammen. Ja, hätte ich auch mal gesagt. Das ist gemütlicher. Ja. Bevor wir wieder verrecken, bleiben wir am Anfang vom Level schon. Aber das ist ja jetzt, sagen wir mal, nichts Neues für uns. Nein, wir sind ja schon gewöhnt zu sterben. Ja. Ich finde, hier ist es heute nicht mehr gewöhnt zu sterben. Das ist gar nicht so viel. Solange man Checkpoints hat. Ja, genau. Ja. Ja, passt doch. Ja. Ich bin tot. Oben sind auch welche, übrigens. Echt? Wirklich? Nee. Mir ist das aufgefallen. Mom, das war jetzt reingelegt. So. Aber wir haben immer noch gedacht, okay, wir fangen dann wieder mit der gleichen Kohle an. Natürlich. Oh, fuck. Und gleich mal die Munition verschossen. Grenade. Grenade. SMG. 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 Grenade. Schatten. 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 Rifle. Michael. Ja. Rifle. Das ist Michael. Und wieso schiebt sich... du hast aber fortführt einen waffen herribert der haarigen an zum beispiel ja aber so lassen das gewirkt wenn ich der haarige haben schleich meyer schleich meyer wie ist mein gewehr mit rübel ich weiß es kann sein dass rübelkönig heißt daneben zerlegt die in seine einzelteile und dann haue die wieder zusammen und dann zeige ich noch mal das ist hauer wirst du dich halten wir sind super sagt das ist ein super heilig das ist so eine wertung die ich einfach nicht unterstützen wir sind nicht super entdecken schuss aufladen und mit aufgeladen schuss durch die klassiker und natürlich daneben geschossen natürlich weil der krebs zeit für granate oh ja ja ich finde es auch die hälfte davon erwischt aber wenigstens mal die hälfte die hälfte ja ja gut beschissen an dem geht gar nicht so beschissen zwei so her der spruch kommt rauch und töte da bist du ganz gemütlich eine zigarette ziehen und verreckschen automaten einruhe lassen nein liebst automaten zu plündern und dann bleibe ich an der laterne hängen ach und macht's gut und macht's gut und macht's gut und sonst ist da keiner mehr oder worauf schießt du eigentlich deswegen sterben weil ich frage worauf wir schießen da unten 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 weil du nie was sie ja leck mich doch ganz dringend und dann hat er nie wieder hängen blieben selbstverständlich wo auch sonst die schnapp mal wegen der laterne gehen wir da vielleicht zusammen hoch ja warte mal nimm du mal ist das medikit da nimm du es ich bin es dir heute nein aber ich möchte ich möchte dass du es hast das ist lieb von dir gerne ok schauen wir mal was da so passiert ich habe nur noch eine fackel ich auch es ist doch schön dass wir mal was gemeint haben herrschaftszeit sind noch eins und vierzig tausend mal und ich habe auf das geld im kofferraum ich habe glaube ich darauf geschossen aus versehen ich habe auch schon darauf geschossen wir haben alle darauf geschossen die kackläufer wieder mann und witz ich sehe die nicht ich höre sie nicht also natürlich hat aber also ich will jetzt mal darauf bestehen dass nicht die medikit scheißdreck mit körper ich finde ich kann jetzt alle mir alles davon ja dass der wo aber danke danke gern ja na dann jetzt kommt die schrotflinte dann ja gut gut dankeschön dankeschön dann nach lade nach lade nach nix er sollte man auto heute schlagen einfach mal dagegen gewesen so versuche einfach nicht ein checkpoint zu kommen das wäre echt die tue sie kann aber ich kann da wirklich nichts versprechen geführt man wünscht dass mir das verspricht das war jetzt aber auch stark wo war denn der überhaupt das war beschissen voll das war das war das ist immer stehen bleibt aber problem gelöst problem gelöst kein problem hallo bin wir da ich kaufe mir was auf dir was jetzt noch was gewesen jetzt ich glaube ein bisschen kohle ja also erstmal brauche ich für diese waffe fett viel kohle ein laservisier und dafür ein laservisier nein dafür keine 50.000 wer verkauft denn das ja du weißt das sind halt die ganzen geldgeilen typen die apokalypse halt sachen höher verkaufen grauenvoll ist das mit durchschlagskraft und schneller und mit durchschlagskraft am besten aber das ist jetzt vorbei habe ich ja gerade gemacht und noch mehr durchschlagskraft am besten durchschlagskraft durchschlagskraft das schlägt richtig durch durch so jetzt sind wir da aufgerüstet munition ammunition 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 ok 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 grenade 2 sogar noch mal dritte holen beim inventar und sonst der dann wollen wir uns da noch mal ammunition das war's dann oder das war's dann gut dann hätte ich gesagt machen wir weiter beim nächsten mal richtig und dann schießen wir alle in kopf am besten weil dann sind sie nämlich tot ja bis zum nächsten mal bei open game night mach's gut mach's gut servus das spak die